14? Wie alt ist man denn mit 14? Als eigentlich Freundin bin ich eine harte Kokosnuss. Das einzige was ich nicht kann ist wenn ich irgendwie dann... Wenn ich dann Jumpscares und so, dafür kann ich nichts. Und immer wenn ich mich erschrecke, also wirklich doll erschrecke, dann muss ich eine 20er Phase einen Cut verlosen. Aber ich bin eigentlich auch so bei Horrorfilmen und so, ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst und ich schreie auch nicht rum. Das einzige was ich mache ist vielleicht mal so, sowas kann mal passieren. Aber sieht dieses Gesicht aus, hätte er Angst? Ich glaube nicht. Na was denk ich da hier hin? Ich hatte schon Real Life Geschichten. Ich hatte schon den Kontakt. Das war kein Spiel. Ich kenne mich aus. Licht aus. Gute Idee, Chat. Ich soll Licht ausmachen. Aber dann sieht man mich nicht so gut. Licht aus. Digga, wenn ich Licht ausmache, dann sieht man mich aber nicht gut. Warte, dann muss ich das hier auch mal machen, oder? Als ob ich so. So soll ich spielen. Digga, so habe ich ein bisschen Angst. Das ist wirklich ganz dunkel. Ich finde die Musik auch ein bisschen... Was ist denn das für eine Musik? Wir gehen rein. Resident Evil 7, Biohazard. Ich will mich nicht erschrecken, Scheißgeister. Kommt jetzt ran. Kommt jetzt ran. Ich habe keine Angst vor euch. Kommt jetzt ran. Spiel start. Neues Spiel. Optionen. Mehr. Neues Spiel. Ich möchte ein neues Spiel. Normal oder einfach? Dann während des Spiels. Dann normal. Dann machen wir normal. Rede mit mir. Salaamu alaikum. Gute Nachricht. Ich komme bald nach Hause. Yay! Ich kann es gar nicht erwarten. Noch lauter. Babysitterjob fertig zu sein. Und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schicke dir... Mach Untertitel. Mach ich Untertitel. Tschüss, Baby. Noch lauter, Chat. Das ist auch, glaube ich, gerade leise, ne? Stopp. Stopp. Ist gut, ist gut, ist gut. Weiter geht's. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ja, du bist ne kleine, was? Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht... Such mich nicht. Ja, okay. Ja, nice auf jeden Fall. Umsehen. Was muss ich... Ja, links, rechts, Schulterblick. Ja, auch mal hier in den Spiegel gucken. Immer bei Fahrtprüfung. Immer links, rechts. Immer auffällig. Hier, immer anschneiden. Handbremse rein. Was denn? Parkmodus. Motor aus. Weitermachen. Guck dir das mal das an. Ja, nice auf jeden Fall. Hier sollte es sein. Wo soll's denn sein, du Scheißknecht? Kann ich schlagen oder so? Irgendjemanden irgendwelche... Irgendwie... Sprinten? Sprinten auch nicht? Ah doch, warte. Hier, wie ein Kottesütti. Habt die Hosen voll. Ist ja noch nicht gut, ich chat. Hallo. Ist sogar noch Tageslicht. Mach mal auf hier. Ihr müsst bei euch im Zimmer auch Licht ausmachen, sonst ist Quatsch, chat. Ihr müsst bei euch im Zimmer auch das Licht ausmachen. Mann, Digga, jetzt fängt's doch schon an. Muss ich jetzt hier so einen scheiß Schlüssel suchen oder was? Kann ich nicht irgendwie... Ja, okay, es geht nicht. Ist an. Licht ist aus, besser ist es. Wo ist dieser scheiß Schlüssel? Ich bin jetzt schon überfordert, Digga. Wo ist dieser verkackte Drecks... Ah, okay, warte. Chill mal. Ich krieg sowas hin. Mach mal auf hier. Guck dich mal hier um, ey. Guck mal hier. Gute Zeitung. Ah, will ich gar nicht haben. Ey, ich hab jetzt schon Stress. Die geben ja nicht mal Tipps. Ich möchte nur ins Haus rein. Wow. Nein, das war nicht erschrocken. Das war doch nicht erschrocken, Digga. Ich hab mich nur gewundert, ey. Wo ist der Mann hin? Ich will da nur reden. Ja, nice. Was ist denn das? Ist das Pferdeschenkel oder so? Ja, nice. Das war nicht erschrocken, Chad. Was wollt ihr von mir? Das war doch nicht erschrocken. Was ist das hier? Vögel? Alles gut, ey. Einfach, was ist denn das, Digga? Warum bin ich... Nein, sag's nicht. Ich will verzeigen, aber ich sag's nicht. Kann ich springen? Ich hab was gehört. Hier ist jemand. Ich kann's riechen. Hier ist jemand. Ich kann's riechen. Nee, ganz kurz, Digga. Das ist doch Quatsch. Das ist Quatsch jetzt. Wieso soll ich da rein ohne Licht etc.? Und es ist doch Tageslicht. Irgendwo muss doch irgendein Tageslicht reinkommen. Das ist ja... Ich hab nicht mal ne scheiß Taschenlampe. Das ist jetzt Quatsch. Digga, lass das Quatsch jetzt los. Ey, alles gut. Ey, alles gut, Chad. Ich muss ganz kurz... Ja, ich komm, Papa. Ganz kurz. Das ist Quatsch. Wie soll ich da so... Okay. Nur Luschan. Nur Luschan. Nur Luschan. Du bist ein kleiner Junge. In der Mädchen und Kleider damals in der 8. Nur Luschan. Sehr agil auf den Beinen. Agil auf den Beinen sein. Und jetzt einfach mal schnell auch rein. Soundhuren. Ich höre auch hier was. Guck mal hier, Fernsehen. Digga, es gibt einen Film, von dem ich Angst hatte. Und das war The Ring. Und genau da sah es so aus. Ich hatte damals als Kind so krass Angst vor The Ring. Kennt ihr den Film? Unangenehmer Film. Ja. Haunted House. Hä? Was ist denn? Du hast du diesen Typen hier. Mach mal halb lang, Typ. Hey. Ich arbeite nur mit Profis. Das ist jetzt Quatsch. Geh da doch nicht hin, du Dummkopf. Guck mal. Und das sind die Gründe, warum Leute sterben. Also in Videospielen und in Horrorfilmen. Was ist das? Was geschieht hier? Da ist er. Da ist doch André. Halt's Maul, du Scheißknecht. Da ist doch André. Frag doch André von da oben, was los ist. Ich würde in so welchen Spielen nie sterben. André, was ist los? Erklär es mir. Warum kommst du nicht nach oben? Warum muss ich nach unten kommen? André, mach keinen Scheiß. Achso, warte mal. Ja, nice. Warte mal, da ist ja jemand. Warte mal, da ist ja jemand. Nein. F an André. Ja, nicer Film auf jeden Fall. Nicht von mir, eine 2 von 10. So, okay. Hier war irgendwo André. Hier. Das ist André gewesen. Ja, muss auch nicht sein. Muss da jetzt nicht sein, da reinzugehen. Eigentlich. Ich weiß nicht, was der Mann vorhat. Mein Pupsi gelassen. Hey, na, wie geht's denn? Wie geht's denn so? Vor allem, da ist eine Reaktion. Ah, warum weiter geht's? Ist das schlecht, ne? Hallo? Mia, was soll ich? Rede doch mal mit mir. Okay, warte. Ich streng den Kopf an. Ich streng den Kopf an, die Gelle. Aha. Bolzenschneider. Kann ich mitarbeiten. Du gehst jetzt hierhin. Machst das mal. Mach da mal einen Bolzenschneider. Ich würde es hinbekommen. Mach das mal. Ja, nice. Und jetzt aufmachen. Mia, was geht denn? Wie geht's? Alles klar? Mia, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ja. Ethan? Ist du in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, habe ich nicht. Habe ich? Doch, hast du, du hässliche Geld. Was glaubst du, warum ich jetzt hier bin? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Er? Wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen. Jetzt! Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Ja. Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Wie soll ich denn da durchpassen? Einstein. Ah, okay. Nichts gesagt. Luschan. Nur Luschan. Gleich kommt dir jemand safe um die Ecke gerannt. Aber nicht mit mir. Dort ist es. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Was ist die Dumme? Du hästige, was... Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Tschüss. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Kein Mehrwert. Mia. Wir müssen hier raus. Kein Mehrwert. Wir sind einfach hier, okay? Guter Goal. Ich werde mich umschauen. Das würde ich jetzt zum Beispiel auch nicht machen. Alleine. Ich habe alles abgeduscht. Kein Empfang. Vodafone. Kein Intel. Safe Vodafone hier als Anbieter. Kennen wir alle. Und hier ist nichts. Vielleicht muss ich unten. Das ist Quatsch. Ne. Zurück. Zurück. Geh zurück. Geh zurück. Umdrehen. Machst du nicht mit? Machen wir nicht mit, Chad? Machen wir nicht mit? Machen wir nicht mit? Und das, das sind die Gründe, warum, also wer, welcher Normaldenkende geht da runter? Ich erschrecke mich nicht. Geh schnell. Lauf, lauf, lauf. Ich habe keine Angst. Nehmen wir hier den Beuzelschneider. Mach das mal. Mach das mal. Mach das mal. Ey, alles gut, Chad. War nur ein Test. Wollt gucken, ob ihr aufpasst. Hauen wir mal auf jetzt hier. Hier, gib mir das mal. Sicherungen mitnehmen. So. Und weiter geht's. Sympathisch. Geh jetzt hin und mach das. Ich mach sie weg. Ich mach sie weg. Komm jetzt ran. Eins, eins. Komm jetzt, eins, eins. Komm jetzt, eins, eins. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Wo bist du hin? Hallo? Hier. Peripherisieren. Und jetzt direkt um die Ecke achsen. Okay. Mach mal rein da. Mach mal rein. Machen wir jetzt hier das Licht an irgendwo. Okay. Jetzt muss ich nach oben zum Dachboden und das Ding anmachen. Ist ja jetzt Strom. Wo ist die Oma, Digga? Hier. Kurz mal hier. Kurz anfurzen. Irgendwas machen. In ihr Essen spucken. Macht da irgendwas. So, jetzt kenne ich mich ja aus. So, zack. Jetzt weiß ich, wie alles läuft. Jetzt kommt dieser Knecht um die Ecke. Ja, komm mal ran. Komm. Ja, komm. Wo ist der Scheiß Schlüsse da hinten? Ich werde den jetzt so ordnen. Du wirst mich nicht einmal treffen, du hässiger Vogel. Hier, ich bin hier. Komm her. Jetzt verstecke ich mich in der Garage, weil da ein Dummkopf ist. Zack. Wo ist der? Oder ich muss ihn locken. Ich lock ihn. Ja, hier bin ich. Ja, hier. Guck jetzt, wie ich dich outplaye. Nerv mich nicht voll. Zack. Okay, warte ganz kurz. Vielleicht ein bisschen Quatsch. Zack. Ja, ja. Ich bewege mich nicht jetzt mal. Zack. Und jetzt habe ich dich outplayed. Jetzt kommt er hier wie Captain America durchgesprungen. Ich habe mich sonst gefangen. Alles cool. Dann habe ich mit der Garage. Zack. Ihr merkt jetzt meine Qualitäten im Chat. Jetzt verstecke ich mich. Du bist ein Dummkopf. Du warst die Schlechteste damals im Verstecken. Ich habe mich direkt gefunden. Du hast dich unter deiner bunten Teppich versteckt, du Scheißknecht. Und alle deine Geschwister haben dich ausgelacht. So, zack. Ja, lach mal. Jetzt gehe ich hier hin. Jetzt soll ich mir den verkackten Dreckschlüsseln. Da ist er nämlich. Dankeschön. Wo ist die Kackklappe? Wo war die Klappe? Okay, warte. Ich glaube, sie war... Okay, ich weiß, wo sie war. Hier. 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 Aufmachen. Aufmachen. Mach auf. Mach auf den Aal. Und jetzt hier runter. Geh runter. Zack. Bin drin. Top 100 Resident Evil Spieler. Merkt ihr die Qualität? Kurz mal GG's in den Chat. Das ist so eine abgespacede Familie. So eine abgespacede Familie, wirklich. Wieso machst du die Tür nicht auf? Bist du dumm? Die war doch gerade auf. Hier drüben, Mami. Wenn ich vor etwas Angst habe, dann sind es Puppen, Kinder und Meere. Also so. Kleine. Kinder. Was ist das hier? Da hat ihr mal Wigan nicht gespielt? Ich habe die Schnauze voll davon. Die Schnauze voll davon, um den Mist zu haben. Ich muss mich verstecken. Versteck dich doch. Du musst mich verstecken. Hier. Du warst ein böses Mädchen. Mann, Digga. Wo zur Hölle soll man sich denn da verstecken, wenn da überall irgendwelche Leute rumlaufen? Was ist das? Weg. Ganz kurz, ganz kurz. Rüberspringen und ich bin über alle Berge. Sind die dumm? Bist du dumm? Ich kann das nicht verstehen. Rüberspringen und ich bin über alle Berge. Was soll ich euch erzählen? Hier. Hä? Ich weiß, dass du in Zoe etwas aussehen kannst. Beweg dich nicht! Was? Doch. Sie ist zurück auf mein Zimmer. No problem. Das ist so dumm. Es ist so eine Scheiße. Wo soll... Wie lange? Wie lange soll ich das machen? So. Ja, sympathisch sieht das hier aus. Ich verstehe bis heute nicht, warum ich nicht einfach runtergesprungen habe. Ich will, dass wir eine Familie sind. Bleib genau da! Nein. Als Mau redest du nicht mit mir. Na, jetzt bin ich schon wieder tot. Was fand das? Sieht wie ein Teil aus. Ja, cool. Teile? Teile. Mann. Oh nein. Das zählt jetzt nicht... Wo denkst du, dass du hingehst? No! 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 Dicke, wie sollst du dich da nicht erschrecken, erklärst du mir. Wer mit mir? Guck mal, hier, gesandwiched. 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 Gleiches 0 Uhr, Geisterstunde, Chat. Mann, man, dann verläuft sich auch hier immer so krass. Du kannst dich aber auch töten. Aber dann braucht man immer so viel Munition und man hat immer nur so wenig. Guckst euch an. Aber es ist gespeichert, ne? Perfektes Ende. Es ist gespeichert. Meine Fresse, Resident Evil. Meine Fresse, geht es auch auf den Nerven. Es gab eine Zeit, da habe ich mich gut eingekackt. Oder es war sehr erschreckend. Nicht gruselig, sondern erschreckend. Aber mittlerweile hat man sich dran gewöhnt. Verrückte Sache. 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 Verrückte Sache.